Einen wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zu einem weiteren Video zum Thema Hacken. Was ist eigentlich Hacken? Was wird da gemacht? Und was für Arten gibt es? Wer von euch jetzt erwartet, dass ich hier nochmal die White Hats und so weiter vorstelle, der liegt hier ein bisschen falsch. Denn ich möchte hier vor allem mit einigen Mythen ein kleines bisschen aufräumen, weil einfach so vieles, was man in den Medien hört, einfach schlichtweg falsch ist. Vieles davon ist kein Hacken und manches davon, was Hacken ist, wird nicht als solches bezeichnet. Und ich möchte hier mal gerade ein bisschen mehr mit der Definition aufräumen und auch mit dem Klischee, dem typischen Hacker ein wenig aufräumen. Der typische Hacker wird immer dargestellt als ein relativ schüchterner Typ, der irgendwas kann, was sonst niemand kann und der sich ganz gerne sozial absolut isoliert und dann eventuell auch eingesperrt wird. Das ist so absolut nicht wahr und total falsch. Das möchte ich hier definitiv mal klarstellen. Denn ja, der typische Hacker ist einfach der typische Typ von nebenan. Mittlerweile ist dieses Klischee einfach nicht mehr so dabei. Und man kennt aus den Medien, dass immer unterschieden wird nach Gut und Böse sozusagen, beziehungsweise nach White Hat und Black Hat, wenn man so möchte, weil das ja eine relativ angenehme und einfache Unterscheidung ist. Doch die Unterscheidung, naja, da fällt halt leider einiges raus. Denn ja, natürlich gibt es Motivation, Gut oder Böse, wenn ihr so wollt. Oder eben man nutzt das Ganze nur zu seinem Vorteil oder man sorgt für eine allgemein bessere IT-Security. Aber dann werden die ganzen Menschen von der NSA auch alle Blackheads sozusagen. Denn die meisten von den Exploits, die die NSA findet, die werden tatsächlich einfach nicht geteilt. Das heißt, so einfach ist es nicht. Und ich möchte in diesem Video einfach mal klarstellen, was Hacker eigentlich genau tun. Was denn genau eigentlich die Aufgabe von einem Hacker ist. Und deswegen wollen wir hier mal nach Angriffszielen unterscheiden. Und zwar können wir angreifen entweder eine Anwendung, das heißt ein Programm, das bei euch auf eurem Handy oder Rechner läuft, zum Beispiel eine App. Zum Beispiel diese App, die ihr gerade zum Gucken benutzt von diesem Video hier. Oder von mir aus euren Webbrowser, was wahrscheinlich einige von euch tun, um dann eben dieses Video hier zu sehen. Euer Webbrowser ist eine Anwendung, die ihr auf eurem System installieren musstet. Und diese Anwendung kann natürlich angegriffen werden. Und das Zweite sind Server. Server hosten Websites. Das heißt, die Website, auf der ihr das hier gerade guckt, YouTube.com, die ist natürlich nicht komplett auf eurem Handy. Das meiste davon liegt eigentlich bei Googles Servern, weil YouTube von Google ist und dementsprechend ist natürlich auch das meiste von diesem Video hier eigentlich gar nicht bei euch, sondern zur meisten Zeit nicht mehr auf eurem Rechner drauf. Und die Dinger, die das Ganze hosten, die nennt man Server. Das heißt, man kann Webseiten über Server angreifen. Und dann haben wir noch Hardware. Hardware bezeichnet alles, was irgendwie wirklich echt physikalisch verfügbar ist. Also sowas wie Krypto-USBs, wo ihr dann zum Beispiel eure Kryptowährung drauf speichert oder eure Passwerte drauf speichern könnt. Das bezeichnet aber auch irgendwelche Router oder Kaffeemaschinen, die dann natürlich Dinge machen am Ende, die sie nicht tun sollen. Und da habe ich schon ein bisschen was vorweggenommen. Und natürlich der Nutzer, der zählt auch tatsächlich zu den offiziellen Angriffszielen eines Hackers. Und da werden plötzlich Klischees extremst aufgerissen, was man eigentlich gar nicht mehr anders sagen kann. Wir wollen aber anfangen mit der Anwendung. Und zwar, das ist so der klassische Anwendungsfall, der klassische Fall, wo man einen Hacker eigentlich findet, so zumindest im Kopf vielleicht von vielen. Man hat irgendein Programm, zum Beispiel irgendwie ein Spiel oder sowas. Und ja, das möchte man jetzt cracken. Und dementsprechend sucht man nach Fehlern, wie zum Beispiel ein Buffer-Overflow oder irgendwas anderem. Und dann tut das Ding plötzlich komische Dinge, die es eigentlich nicht tun sollte. Nämlich Leute spielen lassen, ohne dass sie eine CD oder DVD im Laufwerk haben, beziehungsweise ohne dass sie das Spiel eigentlich gekauft haben. Das macht der typische Anwendungs-Cracker. Noch ein Beispiel, wieder mal stark vereinfacht. Eine Anwendung hat eine Schwachstelle, das ist tatsächlich sogar sehr, sehr häufig. Und ja, sie prüft eben leider nicht, was der Benutzer da tut, beziehungsweise ob der Benutzer eigentlich die Rechte hat, um das zu tun, was er da tun möchte. Und dann kann der Nutzer schon plötzlich Systemdateien auslesen, obwohl er nur ein Nutzer ist und kein Administrator. Das wäre dann eine Schwachstelle in einem Betriebssystem. Ja, und dementsprechend kann er natürlich auch das Administrator-Passwort auslesen und kann danach, wenn er das hat, alles machen. Das ganze Beispiel hier ist stark vereinfacht, aber zumindest grob ist, glaube ich, verständlich, was das ganze Ding macht. Ja, das sind Anwendungen. Wenn wir jetzt allerdings uns mal Server angucken, dann ist das ein kleines bisschen anders. Und zwar bei Servern, da haben wir einen Web-Server mit Website und auf den haben wir keinen direkten Zugriff. Ein Betriebssystem kann ja auf eurem PC laufen. Also zumal, oder auf eurem Handy. Android ist auch ein Betriebssystem. Android ist auch eine Anwendung. Aber auch die Apps, die ihr da benutzt, sind alles Anwendungen. Ein Web-Server, auf den habt ihr erstmal keinen direkten Zugriff. Der läuft irgendwo im Internet. Das ist wie ein PC, der von außen zwar erreichbar ist, sowas wie, ich kann ihn anrufen sozusagen, aber er antwortet mir nur und ich habe nicht direkt die Möglichkeit, alles mit dem Ding zu machen, was ich möchte. Und ja, dementsprechend ist es ein bisschen schwieriger, könnte man sich vorstellen, aber das ist eigentlich gar nicht so. Und zwar kann man zum Beispiel auf einem Web-Server einfach wieder mal nach Fehlern suchen, zum Beispiel in einer Website tatsächlich und dort mal gucken, ob man eine SQL-Injection oder irgendwas anderes machen kann und dann tut das Ding wieder komische Dinge. Wichtig ist allerdings hier zu wissen, das bedeutet nicht, dass ich wirklich voll Zugriff auf den Server habe, wenn ich eine SQL-Injection durchführe. Das bedeutet lediglich, dass ich etwas erreicht habe, was ich nicht erreichen können sollte. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass ich plötzlich der Besitzer von Google bin, wenn ich bei Google eine SQL-Injection bin. Das ist absolut nicht der Fall. Nur ich habe dann eben Zugriff auf gewisse Dinge. Nochmal ein kleines Beispiel hier dazu und zwar wieder mal stark vereinfacht. Eine Website hat eine Schwachstelle. Wenn der Nutzer zum Beispiel eine E-Mail-Adresse oder in das E-Mail-Adressenfeld gewissen Code eingibt, dann wird der einfach ausgeführt, ohne zu überprüfen, was das ist. Dementsprechend kann der Nutzer irgendwelche Nutzerdaten lesen, obwohl er eigentlich gar nicht auf diesem Server drauf ist. Das heißt, ich als irgendjemand random aus dem Internet könnte jetzt zum Beispiel die E-Mail-Adresse von allen Nutzern aus YouTube zum Beispiel auslesen. Das wäre dann eine ziemlich schlimme Schwachstelle, aber ich würde immer noch nicht alles machen können mit YouTube, was ich eben möchte, sondern ich kann eben nur diese E-Mail-Adressen auslesen. Und das ist tatsächlich relativ häufig, muss ich sagen. Denn ja, ich bekomme relativ häufig irgendwo eine E-Mail, dass jemand probiert hat, sich bei mir einzuloggen. Und das sind Konten, ich will jetzt nicht den Namen sagen hier, aber das sind Konten, die tatsächlich... Nun ja, mein Passwort ist, sagen wir mal, sicher. Ich habe es auch schon relativ häufig mal geändert. Das heißt, an mir lag es nicht. Das heißt, es muss irgendwo eine Schwachstelle in dieser Anwendung geben. Ja, und da stutzen dann plötzlich viele und sagen, das gibt es ja tatsächlich. Und ja, das sind auch die großen, großen Anwender. Einen Anwender, wenn ich euch den nennen würde, würdet ihr den auf jeden Fall kennen. Okay, kommen wir zum vorletzten, und zwar der Hardware. Bei der Hardware unterscheidet sich das Ganze ein kleines bisschen vom Rest bisher. Und zwar suchen wir hier nicht nach Fehlern, sondern wir suchen nur nach Möglichkeiten, irgendwie darauf zuzugreifen. Denn wir haben hier wirklich quasi alles in der Hand, was wir machen wollen. Im Endeffekt wollen wir da auch wieder bloß erreichen, dass das Ding komische Dinge tut, wie zum Beispiel wieder mal stark vereinfacht. Ihr reißt eure Kaffeemaschine quasi auf und dann baut ihr einen LAN-Anschluss dran, um von eurem PC aus oder von eurem Handy aus einen Kaffee laufen zu lassen. Das ist auch ein Hack sozusagen. Es ist halt ein Hardware-Hack. Okay? Ja, und dementsprechend seht ihr hier, es geht eigentlich nicht unbedingt darum, irgendwas Bösartiges zu machen. Es geht meistens sogar darum, etwas Gutes zu tun und zu zeigen, hey, schau mal, ich kann was tun, was ich nicht tun sollte. Vielleicht A, ist es cool, wollt ihr das machen? Oder B, wollt ihr das vielleicht fixen? Und dann ist es vielleicht erledigt. Kommen wir aber zum letzten Angriffsziel, und zwar dem Nutzer. Das Ganze hier nennt man normalerweise Social Engineering. Und ja, ich nehme quasi den Nutzer einfach als Angriffsziel und suche bei dem Nutzer nach Fehlern. Und dann macht der Nutzer eben komische Dinge. Also wieder mal ein Beispiel, das stark vereinfacht ist. Ich verschicke 100.000 E-Mails an 100.000 Leute mit einer Warnung, dass man sein Passwort für eine gewisse Website ändern muss. Und dann auch nur ein einziger Nutzer denkt nicht wirklich nach und klickt auf den Link und ändert sein Passwort, in Anführungsstrichen ändert. Denn ja, was er getan hat, ist, er hat auf meine Website geklickt und dann hat er sein Passwort dort eingegeben und plötzlich weiß ich sein neues Passwort oder sein altes Passwort, besser gesagt. Und ja, jetzt kann ich mich quasi auf diesem Konto einloggen. Und das sollte ich natürlich nicht tun können. Das heißt, hier haben wir den typischen Angriff, den man so vielleicht auch schon hin und wieder mal gehört hat. Ja, das heißt, Hacken ist eigentlich die Suche nach Fehlern und dann irgendwelche unanständigen Dinge damit tun. Aber unanständig muss hier nicht unbedingt heißen böse oder bösartig, sondern einfach nur Dinge tun, die man so nicht erwartet. Man denkt also einfach um und tut etwas, was jemand nicht erwartet hat davor. Und je ungewöhnlicher dieses nicht erwartet ist, desto höher ist eure Erfolgswahrscheinlichkeit. Wenn ich jetzt auf der Straße hingehen würde und würde Leute fragen nach ihren Passwörtern, dann würde mir wahrscheinlich kaum jemand da irgendwas machen. Wenn ich das allerdings sage, allerdings wenn ich das sehr, sehr clever anstelle, dann kann das durchaus auch mal zum Erfolg führen. Und das ist natürlich jetzt hier so ein bisschen die Message. Hacker denken einfach ein kleines bisschen anders. Sie denken drüber nach, wie kann ich irgendwas kaputt kriegen, was eigentlich davor ganz war. Und wie kann ich einen Fehler finden und vor allem, wie kann ich diesen Fehler ausnutzen. Und ja, dass man danach was Böses damit macht, das muss nicht unbedingt sein. Man kann auch einfach sagen, man macht das und versucht danach das Ganze wieder zu reparieren, damit es niemand anders mehr machen kann. So, kommen wir noch zu einem kleinen Quiz. Und zwar, was ist denn hier eigentlich davon ein echter Hack und was eigentlich nicht? Und wir fangen an mit einem Denial-of-Service-Angriff. Jetzt werfe ich euch ein kleines bisschen Fachwörter um die Ohren. Ich will die euch natürlich trotzdem erklären. Ein Denial-of-Service-Angriff ist ein Angriff, wenn ich das ausführe, dann verweigere ich irgendwie den Dienst einer Website. Also zum Beispiel, ich gebe bei Google irgendeinen Aufruf ein, der absolut viel Leistung braucht. Okay? Und diese Leistung, die hat Google irgendwann nicht mehr. Ich mache das von mir aus drei, vier Mal und dann ist Google flachgelegt. So was gibt es natürlich nicht. Aber nehmen wir mal an, Google hat nicht so viel Leistung, wie es jetzt hat. Das ist zum Beispiel noch in den Kinderschuhen. Und ich habe einen ganz speziellen Befehl, der dazu führt, dass jede Datenbank mehrere tausend Mal durchgesucht wird. Und die Datenbank von mir aus ist sehr, sehr riesig. Dann kann das schon mal vorkommen, dass dann auch wirklich mal jemand zusammenbricht, der da eigentlich schon ganz gut ist. So, und was passiert, wenn ich das jetzt mache? Ist das ein Hack oder ist das keiner? Nun, ihr dürft ein bisschen überlegen. Ich mache hier direkt mal weiter mit dem Nächsten und zwar Carding. Carding bezeichnet eine Technik, mit der man im Darknet, naja, Kreditkartendaten klaut oder kauft einfach nur. Also man geht wirklich hin und geht auf eine Webseite und sagt dann, ich möchte gerne Kreditkartendaten shoppen und dann gehe ich auf verschiedene Websites und nutze diese Kreditkarten dann, um dort einzukaufen. Und das bezeichnet Carding. Ist das denn vielleicht ein Hack oder ist es keiner? Nun, wir wollen die beiden hier, bevor wir den letzten Mal ranbringen, wollen wir die beiden erstmal auflösen. Ein Denial-of-Service-Angriff ist zu Recht ein Angriff, denn er geht sogar so weit und, naja, geht gegen ein gewisses IT-Sicherheitsziel, nämlich die Verfügbarkeit. Es ist ein Ziel in der IT-Security, also quasi die Leute, die das Ganze beschützen, Dienste verfügbar zu machen. Dann ist es schädlich für eine Website wie Google zum Beispiel, wenn sie nicht verfügbar ist. Dann gehen die Leute zur Konkurrenz und Google macht Verlust. Dementsprechend ist es eine Schwachstelle beziehungsweise eine nicht erwünschte Tätigkeit und ein Fehler dementsprechend auch, wenn Google jetzt zum Beispiel 1000 Mal die Datenbank durchsuchen muss und dementsprechend flachgelegt wird. Ja, das heißt, ein Denial-of-Service-Angriff ist definitiv ein Angriff, wenn auch ein teilweise sehr billiger. Aber da gibt es auch wirklich gut durchdachte Dinger, die gar nicht so ohne sind. Carding hingegen ist einfach nur Bullshit. Wer Carding macht, der ist einfach nur ein Arschhoch gegenüber anderen Menschen oder von mir aus gegen Kreditkarten, Firmen, wie auch immer. Aber auf jeden Fall ist das kein Hacken. Das ist im Endeffekt wie Shoppen und dann die eingekauften Sachen verwenden. Das ist nicht irgendwie ein Fehler ausnutzen, sondern andere Leute haben Fehler ausgenutzt und bieten diese Ergebnisse der Fehler dann an. Das ist natürlich bösartig, sowas anzubieten, aber sowas zu kaufen ist definitiv nicht Hacken. Kommen wir zum letzten Punkt und zwar Keylogging. Keylogging bezeichnet eine Strategie, bei der man einfach mitliest, was derjenige geschrieben hat. Das heißt wirklich eins zu eins jeder Buchstabe, der getippt wird. Auch Sachen, die gelöscht werden, werden einfach mitgeschrieben. Das ist einfach wirklich ein Lesen der Tastatur sozusagen, ein dauerhaftes Lesen der Tastatur. Und ja, ihr dürft euch jetzt mal ganz kurz überlegen, ob das ein Hack ist oder nicht. Aber meiner Meinung nach ist das Ganze abhängig davon, wie der Keylogger eigentlich auf das System gekommen ist. Denn irgendwie muss der Keylogger ja da drauf gekommen sein. Habt ihr denjenigen überzeugt, dass er für euch einen Keylogger installieren muss, weil er denkt, ihr würdet ihm dadurch helfen? Dann ist es Social Engineering. Aber habt ihr demjenigen einfach quasi euren PC gegeben zum Beispiel oder einfach ein Gerät gegeben und ihn an ein Gerät von euch gesetzt, dann ist es eigentlich kein Hacking. Weil ihr habt ja nichts wirklich gehackt. Ihr habt ja nichts getan, außer ihn da hingesetzt und ihm gesagt, er soll jetzt da mal was schreiben. Das ist einfach nur Leute verarschen quasi. Okay, also ich hoffe, das konnte so ein kleines bisschen aufklären. Das ist, also das hier sind jetzt wirklich drei Randbegriffe, ja. Es gibt natürlich noch sehr, sehr viel mehr. Und ich kann hier in diesem kurzen Video natürlich nicht alles behandeln. Aber Carding zum Beispiel ist einfach nur, naja, Abfall und kein Hack. Und ich wollte so ein kleines bisschen hier auch mit den Mythen aufräumen, was Hacker eigentlich tun. Hacker denken einfach nur anders. Hacker versuchen, etwas zum Umsturz zu bringen, was eigentlich funktioniert und versuchen da Dinge zu erreichen, die normalerweise eigentlich nicht möglich sind. Wie zum Beispiel ein LAN-Anschluss an einer Kaffeemaschine. Solche Dinge sind Hacken und eigentlich von Natur aus erstmal nicht böse. Erstmal ist es einfach nur ein, nun ja, Umdenken im Endeffekt. Und ja, ich hoffe, das konnte so ein kleines bisschen Klarheit in diese ganze Thematik bringen. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Gebt mir gerne Feedback und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.